Episoden des Südens ist ein Projekt, was sich mit dem südlichen, sozusagen mit der Metapher des Südens beschäftigt, nämlich dem des Anderen, des Gegensatzes. Und dieser Versuch ist, glaube ich, auch einer, diese Kommunikation zu öffnen, also andere Wissensformen zuzulassen. Ich glaube, wir haben durch das Goethe-Institut die Möglichkeit, Plattformen zu bilden, Plattformen für Begegnungen zwischen Menschen, die besonders sind. Ich glaube, es ist nicht alt, es ist nicht alt, es ist nicht alt. All that all, it's like Danish design. Ich denke, dass ich able, dass ich die Unterschiede in einer Form von einem Embody-Sense von meiner Unterschiede bin. Ich denke, es ist nicht alt, es ist nicht alt, es ist nicht alt. Bis zum nächsten Mal.